Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal von DASDEFENSOCKT. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei diesem Video und ja, es ist ein kleines Informationsvideo und zwar im Falle meines geplanten Trainspottings, was ich zweimal verschieben musste. Der zweite Grund war halt, dass es meine Schwester gekommen ist, die ich nicht allzu oft sehe im Jahr. Daher habe ich es an diesem Wochenende wieder verschoben, wo ich es aufnehmen wollte. Also das Wochenende, wo ich gerade jetzt das Video aufnehme. Das nehme ich ja jetzt gerade am Sonntag auf und zwar werde ich das jetzt noch ein nächstes Mal verschieben und zwar auf den 24.09.2021, also in drei Wochen das Wochenende und da werde ich das dieses Mal definitiv auch durchziehen, wenn das Wetter mitspielt. Wenn das Wetter nicht gut ist, muss es ja auch wieder sein lassen. Aber diesmal werde ich das auf jeden Fall am 24.09.2022 machen. Das hier wird, denke ich mal, trotzdem Halle Saale bleiben, wo ich hinfahren werde und spoten werde. Auf jeden Fall werde ich das hier beibehalten und den Bahnhof. Und ja, nur dass euch nicht wundert, warum es jetzt doch etwas länger gebraucht hat, bis das Trainspotting erscheint und produziert worden ist. Wie gesagt, zweimal kam dummerweise was dazwischen. Das eine Mal war es wirklich das Wetter, weil es da so ein scheiß Wetter war. Und das heute Mal, dass meine eine Schwester vorbeigekommen ist, also kommt im Jahr und ich halt auch Zeit mit meiner Schwester und meiner Nichte verbringen wollte. Daher habe ich es diese Woche auch sein lassen. Und ja, hoffentlich nimmt man das nicht so böse. Wie gesagt, manchmal werden einem einfach die Pläne durch den Wind geschmissen. Und es kommt anders, als man es eigentlich will. Und ja, so war es ja wieder mal. Zweimal. Und ja, daher werde ich es jetzt am 24.09.2022 versuchen durchzuziehen. Und mal schauen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und dass mir nichts und jemand wieder einen Plan verwirft. Und ja, hoffen wir mal, dass es einfach gut geht. Der Plan funktioniert. Soweit wie ich es mir erhoffe. Und ja, einfach mal schauen, was wird. Wie gesagt, ich fand es ja selbst scheiße, dass ich es zweimal verschieben musste. Und ja, wie gesagt, aber ich werde euch auch nicht auf dem Trocknen sitzen lassen und euch das Material verwehren. Also werde ich das Drainspotting definitiv noch durchziehen. Jetzt in September. Und hoffe einfach mal, dass es alles klappt. Dass ich gutes Material reinbekomme. Ich habe ja jetzt auch neues Handy. Das werde ich denk ich mal dann auch zum Drainspotten benutzen. Also vorwiegend zum Fotografieren. Ab und an vielleicht auch mal filmen. Meine Kamera habe ich da dann auch noch mit. Also meine Spiegelreflexkamera. Ja, das ist ja alles schon aufgeladen. Die Akkus. Die Powerbanks sind voll. Also Material steht eigentlich schon in den Startlöchern. Und wartet nur noch darauf, benutzt zu werden. Und wie gesagt, ich werde es dann in drei Wochen machen. Egal was kommt. Weil ich will ja selbst das noch durchziehen. Das Projekt in diesem Jahr, wo es auch so kalt wird. Und ja, das soll es jetzt auch schon gewesen sein von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst wie gesagt immer gerne ein Like und ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat und ihr keine heutigen Folgen hier vom Kanal verpassen wollt. Und ja, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärren. Bleibt performt und gesund. Und ja, möge die Macht natürlich viel mehr mit euch sein. Euer Dorf Steffen Sockt. Sagt Tschau, Tschau, Tschau mit WV. Und bis bald zur nächsten Folge.